Hallo und herzlich willkommen zu meinem Beitrag zu Blockgeflüster. Ich habe mir fünf Blöcke angesehen und ich möchte jetzt kurz ein paar Impressionen teilen und euch so mitteilen, was ich auf diesen Blöcken gesehen habe. Der erste Block war der Block von Cindy Brogle. Da habe ich zum einen eine sehr tolle Anleitung gefunden zum Erstellen eines Projektes auf Scratch und zum anderen hat sie die Anleitung dann auch noch mal als schriftliche Anleitung hinterlegt zum Download und ich fand die schriftliche Anleitung wirklich äußerst gelungen, da sie sehr übersichtlich war und wirklich nur die Informationen enthielt, die man auch wirklich brauchte. Der nächste Block war der Block von Andriana Asic. Sie hat versucht auf Scratch ein Ankleidespiel zu programmieren, wie man hier unscharf erkennen kann. Jedoch ist es ihr nicht gelungen, so wie sie sich vorgestellt hat. Deswegen hat sie uns einfach mal den Code hinterlegt, der auch sehr komplex ist, da sie sehr lange daran programmiert hat. Sie empfiehlt auch selber diesen Code nicht zu verwenden für den Unterricht in einer Schulklasse, aber ich denke mir, man könnte das als Zusatzarbeit geben und die Schüler vielleicht einfach mal diesen Code erstellen lassen, denn es ist ja trotzdem irgendwie gelungen, das Projekt einfach nicht nach den Vorstellungen von Andriana. Aber ich könnte mir vorstellen, das als Zusatzarbeit einzusetzen. Der nächste Beitrag, den ich kommentieren möchte, war ein Beitrag auf dem Blog von Noemi Thomann. Es handelt sich dabei um eine Jahresplanung, die man hier auch noch grob erkennen kann. Sie hat die Jahresplanung in Monate eingeteilt, was sehr gut für die Übersicht war und auch der Aufbau war sehr gut und das Ganze mündet in einem tollen Projekt. Das fand ich sehr gelungen und auch ihr zweites Projectlet, die interaktive Geschichte von Lena. Fand ich sehr toll und anregend und ich kann mir sehr gut vorstellen, als Kind auch so eine Klickgeschichte ansprechend zu finden oder dass ich sie ansprechend gefunden hätte als Kind und das fand ich auch sehr gut gemacht. Das nächste, was ich euch vorstellen möchte oder kurz einen Blick darauf werfen möchte, ist ein Projekt von Alin Alt, ein Scratch zu Musik. Sie hat gezeigt, wie man auf Scratch Musik erstellen kann oder Musik machen kann bzw. wie man ein Instrument programmiert. Sie hat das sehr gut gemacht und das fand ich auch gelungen und das hilft mir sicher, wenn ich selber mal etwas programmieren möchte. Das nächste, was ich euch vorspielen möchte, ist eine PowerPoint, die für einen Elternabend gedacht ist zum Thema Computer von Alin Alt und das hat sie sehr gut gemacht. Ich finde die PowerPoint wirklich sehr übersichtlich und gut strukturiert und man findet auch noch schriftlich hinterlegt von Alin, die Aussagen, die sie am Elternabend unbedingt treffen möchte und auch das finde ich sehr gut gemacht. Dann habe ich mir noch auf dem Blog von Nadine Hanselmann das Pong-Spiel angesehen, was mich sehr ansprach, da ich die Unterwasserwelt sehr faszinierend finde. Deswegen gefällt es mir alleine vom Motto her schon sehr gut. Man sieht hier, es hat eine kleine Unterwasserwelt, wie ich bereits gesagt habe, kreiert und auch das Spiel war sehr gut gemacht. Es gab einen Score und es gab auch verschiedene Tempos und das fand ich sehr, sehr gut. Und es ist ein Klassiker und es ist ein Spiel, auf das man zurückgreifen kann, wenn man gerade irgendwie sich ablenken möchte in einer langweiligen Situation oder so. Das fand ich sehr gut. Genauso wie auch das Let's Play zu Hay Day, dem bekannten Farming-Spiel. Das hat auch Nadine Hanselmann gemacht und auch das finde ich sehr gut gelungen. Man hat auch wirklich gemerkt, dass sie sehr viel Spaß daran hat und dass sie gerne Hay Day spielt. Und das Let's Play war also richtig authentisch wie ein echtes Let's Play und man hofft fast schon darauf, dass Nadine Hanselmann vielleicht weitere Let's Plays posten wird. Wir sehen, was die Zukunft bringt. Das war auf jeden Fall mein Rückblick zum Blog der Flüster und ich möchte auch den Kommentaren oder für die Kommentare danke sagen, die auf meinen Blog eingegangen sind. Das hat mich gefreut und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und viel Glück bei den Prüfungen oder im Nachhinein. Viel Glück darauf, dass die Lehrer gut bewerten. Einen schönen Abend noch